so es geht wieder los mit rainbow jubi jubi bitte mal mit dem bescheid sagen ja alles gut so machen wir mal ne leute das geht schon vom gegner kommt schon wieder was neues also man sollte stehen drauf wie oft man im internet irgendwelche scheiße findet von wegen ich gebe dir geld wenn man in die eier tritt so schnell ist es nicht aber man hat tatsächlich schon ein paar mal paar mal gesehen also steht tatsächlich auch farblose sachen sagen wir es mal so da ja es gibt halt echt genug kranke scheiße auf der welt also ist das krank aber ich will hier jeder soll ja machen wir so Lust und Laune hat die gegner haben eine bombe entdeckt dann machen wir das nochmal jetzt aufs idee kommt mal das ding hier so springen so ein ding hab ich noch okay zweimal weniger naja die haben wir aufgeräumt gerade so ein bisschen nur noch ein gegner im blöch so geht da leute oder das alte Ich wechsle das Logo Team! Ist er hier oder was? Hier hinter? Okay. Wir sind zu spät gerafft, ja. Ohne. Ich geh mich auf den Sack, ey. 1 gegen 4 und wir verlieren das Ding. Oh Mann ey. Du reibst dich gegenseitig aus dem Weg und wir verlieren die Kacke. Aber ich geh. Oh, ich geh da. Oh, ich geh da, ich geh da. Und ich geh da. Die Bomben, du schätzt. Naja. Schönes! Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Drohne gehackt. Es bleiben noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ganz präpariert. Nicht in den Expo-Radius kommen. Ja, hat man nicht... Hat man gehört, ja? Hat man nicht überhört. Nur noch ein Gegner übrig. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Hm. In die Richtung. Wo? Ja, das kann von meiner Sonne aus Weihnachten sein. Ja, das kann von meiner Sonne aus Weihnachten sein. Hm. 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 Nur noch 15 Sekunden. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Es bleiben noch 5 Sekunden. Hier am Schrank. Die Zeit ist abgelaufen. Ja, ich glaube, der hat versucht zu blenden und hat zu spät. Hm. Mach das hier mal durch. Ja, der ist ja mal der EDA-Dings rein, ne? Die, die, in den Dildo. Hä? Hä? Oh Gott. Gutes Jahr da. Ja, dass meine Zuschauer gerade nicht mitbekommen, was wir so besprechen, was ihr bespricht. Wir müssen eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzunehmen. So. Die haben... Auf jeden Fall einer sich schon mal im Nitro... Ja, ja. Die haben sich schon mal im Nitro-Handy einat sich hochkippt. Hier ist der. Hier sind die. Äh. Er hat geschossen hinterher Gang, da ist man die Drohne kaputt gegangen. Ein Stück weit, da sind die. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Noch 5 Sekunden. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Nächste Magazine. Auf jeden Fall, gefühlt sie, glaube ich, sind alle Rekruten. So wie ich da... Also schön Schrotflinte und so. Ich habe eins aus Schrotflinten gehört. Telefonkonferenz. hospital終ert zu der Ebene. ... ... ... ... Was ist das? Adrenalinschub unterwegs. Die Situation steht bevor. Starte gut. Das muss irgendwo hinter sein, hinter der Couch oder so. Jetzt haben wir alle unsere Kids. Die werden wahrscheinlich wieder alles... Genau. Aber du hörst dann quasi, wo es vibrieren könnte. So war es eigentlich schon immer, oder nicht? Das müsstest du ja sehen, eben der Leiche, dann ist ja das Zeichen, das Symbol dazu. Das liegt gut. Fragen kostet nichts. 10 Sekunden bis Einsatz. Noch 5 Sekunden. Rück zur Bombe vor und entschafft sie. So. Oh, sie sind mal abgewichen von... Von der Rakuten-Sache. Die Situation steht bevor. Scheiße, das war zu viel. Der ist zu spät gesehen. Ohne Garantie, aber der letzte könnte alle bei sein. Jaaa, fang da so schön zu T-Bang, ihr Clowns. Die Nachbarnie, die noch nicht, schon mal ein bisschen verletzt. Dann schliue dich doch einmal ein paar mal werfen. Oh ja, so gut. Die Nachbarnie, die noch nicht für Sie, ich hole mich wie eine helfe. Die Nachbarnie, die in die Nachbarnie, die noch nicht zufrieden. Der Nachbarnie, der Nachbarnie, die noch nicht in die Gelweite, oder in die Nachbarnie, Und der Nachbarnie ist sehr schön. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Zehn Sekunden. Fünf Sekunden ist im Einsatz. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. FGF im Einsatz. FGF hat die Runde unterwegs. FGF hat die Runde unterwegs. FGF hat die Runde unterwegs. So, ich habe ihn erwischt. Das war aber knapp. FGF hat die Runde unterwegs. FGF hat die Runde unterwegs. FGF hat die Runde. Nur noch ein Gegner. Tot. FGF hat die Runde. hat er nichts gebracht also bitter vier kürze ich bin zufrieden mit meiner runde ich guck mal gerade mit 6,5 prozent chance wahrscheinlich ja nicht ich habe keins kürze 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 kürze